Brauchen wir in Zukunft vielleicht keine Lehrer mehr und lernen alle nur noch mit ChatGPT? Darum soll es tatsächlich in dem heutigen Video gehen, nämlich wie lerne ich mit ChatGPT und wie kann ich auch Lerninhalte mit ChatGPT erstellen? Wie kann ich ChatGPT nutzen, um etwas zu lernen? Ich persönlich nutze diese Systeme in ganz verschiedenen Situationen und für ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Ein Bereich, der tatsächlich mir persönlich viel bedeutet, ist das Lernen neuer Dinge. Anders als es vielleicht vor ChatGPT der Fall war, fällt es mir deutlich einfacher, neue Themen zu erschließen. Obwohl diese Systeme natürlich noch nicht perfekt sind und diese Systeme teilweise auch Falschinformationen ausgeben könnten. Ich hatte ja in einem anderen Video schon einmal über diese sogenannten Halluzinationen gesprochen. Es ist dennoch so, dass diese Systeme sehr gut aus meiner Sicht genutzt werden können, um auch neue Dinge zu lernen. Und das möchte ich einmal anhand von verschiedenen Beispielen demonstrieren. Eine Kollegin von der Universität Paderborn hat mich angesprochen, ob ich in einem meiner Videos nicht vielleicht das Thema Sprachenlernen zeigen könnte. Das hat zwar weniger jetzt den industriellen Kontext, wenn wir aber natürlich daran denken, wie unser Arbeitsalltag häufig aussieht, dann kommt es ja dennoch vor, dass wir häufig auch mit Fremdsprachen zu tun haben und mindestens auch Englisch sprechen müssen. Und diese Systeme haben den Vorteil, gerade ChatGPT, dass sie nicht nur mit englischem Text und mit englischer Sprache trainiert worden sind, sondern mit vielen Sprachen der unterschiedlichen Ländern. Und das zumindest für die Sprachen, die ich ausgetestet habe, schon ganz gut funktioniert. Aber wie soll man jetzt mit diesem System Sprachen lernen? Probieren wir das doch einfach mal anhand eines einfachen Beispiels aus. Und ich werde von Anfang an die Sprachfunktion von ChatGPT nutzen, um damit zu demonstrieren, wie auch die Interaktion nicht nur über reingeschriebenen Text, sondern tatsächlich auch über Sprache funktionieren kann. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit angefangen, Japanisch zu lernen. Und das mache ich nicht nur mit ChatGPT natürlich, sondern benutze dafür verschiedene Quellen, unter anderem auch Duolingo als App. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wie mir ChatGPT helfen kann beim Erlernen von beispielsweise Vokabular oder grammatikalischen Regeln, dann würde ich tatsächlich wie folgt vorgehen. Ich möchte mit Dir Japanisch lernen. Ich habe vor einiger Zeit angefangen, Japanisch zu lernen und würde ganz gerne mich mit Dir austauschen, dabei einige neue Wörter lernen und vor allem auch lernen, wie ich beispielsweise auf Begrüßungen antworten kann. Ich werde Dir gleich eine Begrüßung sagen und Du antwortest mir dann auf Japanisch und erklärst mir aber dann auch, was Du da geantwortet hast, welche Wörter Du benutzt hast und auch vielleicht, welche grammatikalischen Sachverhalte sich daraus ergeben. Das klingt super. Fangen wir mit einer einfachen Begrüßung an. Wie möchtest Du beginnen? Tomi desu Konnichiwa. Konnichiwa Tomi-san. In dieser Antwort habe ich Konnichiwa benutzt, was Guten Tag oder Hallo bedeutet. Tomi-san ist eine höfliche Anrede, wobei San einem Nachnamen oder Vornamen hinzugefügt wird, um Respekt auszudrücken. Ogenki desu ka bedeutet, wie geht es Ihnen? Oder sind Sie gesund? Das ist eine übliche Art, nach dem Befinden zu fragen. Nanji desu ka? Im Go-sanji desu. Hier habe ich geantwortet, dass es jetzt 3 Uhr nachmittags ist. Ima bedeutet jetzt, Go-Go steht für nachmittags und Sanji heißt 3 Uhr. Zusammen ergibt das, es ist jetzt 3 Uhr nachmittags. Wenn Du eine andere Uhrzeit wissen möchtest, sag einfach Bescheid. Was gibt es denn für andere Begrüßungsformen, die normalerweise verwendet werden, außer Konnichiwa? In Japan gibt es je nach Tageszeit verschiedene Begrüßungen. Hier sind ein paar Beispiele. Ohaio gozaimasu. Das sagt man am Morgen bis etwa 10 Uhr und bedeutet Guten Morgen. Ohaio ist die informellere Variante. Ja, das Schöne daran ist, dass ich das ganze Gespräch dann auch hinterher als Text in der ChatGPT-App verfolgen kann, wie man das hier so schön sehen kann. Und ich kann jetzt im Falle von Japanisch dann auch natürlich die verschiedenen japanischen Schriftzeichen direkt auf dem Bildschirm sehen und im Prinzip auch nachvollziehen. Was wir aber auch gemerkt haben, das Thema der Aussprache ist noch nicht unbedingt so gut. Also die deutsche Aussprache, wie wir hören können, ist nicht perfekt. Also es klingt wie eine Art Akzent. Und ich würde davon ausgehen, dass die Aussprache beispielsweise auf Japanisch auch nicht notwendigerweise schon perfekt ist. Das heißt, das Thema Aussprache können wir wahrscheinlich noch nicht so gut mit ChatGPT lernen. Da ist es natürlich immerhin immer noch so, die beste Art, eine Sprache zu lernen, ist, sich mit der Sprache zu umgeben, mit Muttersprachlern umgeben oder natürlich auch in einem entsprechenden Sprachunterricht das Ganze zu erproben. ChatGPT kann aber als eine super Ergänzung dienen, denn im Gegensatz zu beispielsweise einem Tandempartner oder einer Tandempartnerin ist ChatGPT immer verfügbar, ist sehr geduldig. Das heißt, ich kann auch sehr häufig die Fragen wiederholen, auch wenn es immer die gleiche Frage ist und wird mir tatsächlich dann auch immer eine Antwort geben. Und wenn wir uns jetzt einmal das Beispiel vorstellen, dass man vielleicht schon eine Fremdsprache etwas mehr beherrscht, dann kann man das Ganze natürlich einfach auch nutzen, um eine Art Dialog einzugehen. Probieren wir das Ganze also mal für einen Anwendungsfall aus, in dem ich eine Fremdsprache schon besser beherrsche und im Prinzip vielleicht nur neue Dinge lernen möchte. Ich möchte jetzt mit dir Spanisch lernen. Das heißt, ab jetzt wirst du mit mir Spanisch sprechen. Ich werde auch auf Spanisch antworten. Ganz wichtig, versuche immer, wenn ich etwas sage, zu schauen, ob ich alles korrekt auch gesagt habe. Das heißt, wenn ich ein falsches Wort benutze, falsch konjugiert habe beispielsweise, dann bitte weise mich darauf hin und sag mir, wie man es richtig sagen muss. Perfect. Hablemos in Spanisch a partir de ahora. Si cometes algún error, te ayudaré a corregirlo. Sobre qué tema te gustaría conversar hoy? ¿Qué puedo cocinar hoy? ¿Qué ingredientes tienes en casa? Así puedo sugerirte algo que puedas cocinar con lo que ya tienes. Pues tengo ajo, naranjas y papotas. Creo que quisiste decir papas en vez papotas. ¿Es correcto? Con ajo, naranjas y papas. ¿Podrías preparar unas papas al horno con un toque de ajo y un poco de ralladura de naranja para darle un sabor cítrico? ¿Te gustaría probar esta receta? Si, suena muy bien. Muchas gracias. De nada. Espero que disfrutes cocinando y comiendo las papas al horno. Si necesitas más ayuda o tienes alguna otra pregunta, aquí estoy. Ich hatte tatsächlich jetzt absichtlich einen Fehler eingebaut, das heißt, ich habe ein Wort benutzt, was nicht korrekt war. Ich habe ChatGPT gefragt, was ich heute kochen könnte. Ich habe gesagt, dass ich Knoblauch, Orangen und Kartoffeln habe, wobei ich für Kartoffeln absichtlich ein falsches Wort benutzt habe. Und das hat ChatGPT tatsächlich dann auch verstanden und hat mich korrigiert. Zu beachten ist tatsächlich jetzt in diesem Fall, dass südamerikanisches Vokabular benutzt wurde. Und auch hier muss man dann natürlich ausprobieren, ob die jeweilige regionale Ausprägung beispielsweise von Spanisch genutzt wird. Aber was wir sehen ist, wir können sehr schön auf natürliche Art und Weise mit dem System interagieren. Und wenn wir uns jetzt einmal aus der Rolle des Lerners in die Rolle eines Lehrers versetzen, wir haben natürlich innerhalb von Unternehmen und auch innerhalb von Universitäten natürlich häufig den Fall, dass wir Fortbildungen anbieten, dass Kurse angeboten werden. Und auch da können Tools wie ChatGPT tatsächlich einen sehr guten Beitrag leisten. Nämlich dann, wenn man beispielsweise auch Ideen für eine Aufgabenstellung sucht, die gelöst werden können. Oder wenn beispielsweise man ein strukturiertes Übungsformat, wie ein Multiple-Choice-Test erstellen will. Und das können wir hier einmal ausprobieren, indem wir uns einmal überlegen, dass wir das Thema Sprachenlernen einmal aus der Rolle eines Dozenten oder eines Lerners uns angucken. Gehen wir also davon aus, dass ich innerhalb einer bestimmten Niveaustufe bleiben möchte, dann kann ich das ChatGPT natürlich sagen. Also gehen wir mal davon aus, es gibt ja diesen sogenannten europäischen Referenzrahmen, wo die Sprachkenntnisse in Stufen eingeteilt werden. A1, A2, das sind die Anfängerstufen. Da gibt es B1, B2 fortgeschritten und C1, C2. Das ist dann weit fortgeschritten bzw. Muttersprachennah. Und ich könnte also jetzt mithilfe dieses Systems interaktiv mir entsprechend Aufgaben überlegen. Das heißt, ich könnte beispielsweise sagen, ich brauche eine Klausuraufgabe für Spanisch A1. Und jetzt ist das Schöne, ich kann natürlich mir überlegen, ich kann eben einen Kontext vorgeben, das heißt, zu welchem Thema soll die Aufgabe sein und vielleicht auch in welcher Situation die Aufgabe stattfinden kann. Es geht inhaltlich um Essen und das Ganze soll im Kontext eines Auslandssemesters stattfinden. So, das ist jetzt erstmal eine einfache Eingabe. Das Schöne ist, ich muss nicht von Anfang an immer direkt wissen, was ich im Prinzip als Ergebnis haben will, sondern ich kann mir jetzt erstmal ein wenig Inspiration holen. Wir sehen also, jetzt baut sich im Prinzip eine Art Klausuraufgabe auf. Und natürlich ist es hierbei wichtig zu überprüfen, dass alles auch korrekt ist. Das ist natürlich immer die Maßgabe. Aber das Thema Inspiration, die Möglichkeiten auszuprobieren, das geht natürlich ganz schön mit einem solchen System, wo man interaktiv im Prinzip darauf eingehen kann. Also, das System hat mir jetzt eine Aufgabe gegeben und das ist tatsächlich sogar in verschiedene Verständnisaufgaben, also Leseverstehen, Hörverständnis, Schreiben und Sprechen. Im Prinzip eingeteilt. Und ich kann natürlich jetzt so etwas sagen wie, ich brauche einen Multiple-Choice-Test, um im Prinzip das Ganze vielleicht noch weiter zu verfeinern und dann für jede Aufgabe auch einen Multiple-Choice-Test bekomme. Es gibt natürlich für verschiedene Online-Lernplattformen auch entsprechende Austauschformate und da sollte man mal ausprobieren, ob ChatGPT vielleicht auch sogar diese Formate ausgeben kann. Zum Beispiel gibt es ja das Format H5P und da könnte ich ihm jetzt sagen, gib mir das als H5P-Format und wir sehen, die Ausgabe erfolgt entsprechend in diesem Format, sodass ich das direkt auch kopieren kann. Wie gesagt, immer wichtig dabei zu schauen, ob es korrekt ist, aber das kann mir tatsächlich bei der Erstellung von solchen Tests entsprechend natürlich sehr viel Zeit sparen. Wie wir also sehen können, er spuckt mir hier entsprechend den H5P-Code aus. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf das Thema Programmieren eingehen, denn beispielsweise kann ChatGPT auch Programmier-Code ausgeben. Auch da ist es wie immer, man muss es kontrollieren, man muss es auf Richtigkeit überprüfen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Ausgabe richtig ist. Man kann aber sehr schön iterativ vorgehen. Das heißt, man lässt sich einen Vorschlag generieren für eine bestimmte Funktion, die man beispielsweise umsetzen möchte und kann diese dann testen. Wenn man eine Fehlermeldung erhält, kann man diese Fehlermeldung wieder in ChatGPT eingeben und im Prinzip versuchen, iterativ zu einem Ergebnis zu kommen. Für Programmiersprachen wie Python beispielsweise funktioniert das schon sehr gut. Ich persönlich nutze das tatsächlich auch produktiv und bin so in der Lage, auch innerhalb von kürzester Zeit tatsächlich meine Ideen umzusetzen. Es bietet sich also an, dass man eine konkrete Problemstellung hat, die man lösen möchte, aber dann kann man iterativ tatsächlich Schritt für Schritt sich mithilfe dieses Systems an das Problem nähern und dabei lernen, wie man ein solches Problem vielleicht auch mithilfe von Software löst. Beispielsweise, wenn man merkt, man hat im Arbeitsalltag immer wiederkehrende Aufgaben. Beispielsweise habe ich immer wieder die Aufgabe, dass ich von einem Word-Dokument etwas in ein Excel-Dokument manuell kopiere und ich stelle mir die Frage, wie ich das automatisieren kann. Dann ist das tatsächlich eine Fragestellung, die man mithilfe eines solchen Systems zumindest anfangen kann, zu lösen oder zum Teil automatisieren kann. Wenn ich mir jetzt vorstelle, kopiere sehr häufig Inhalte von Word nach Excel, kann ich das mithilfe von Skripten oder so automatisieren. Und hier habe ich beispielsweise jetzt gar nicht angegeben, in welcher Programmiersprache ich das haben will. ergibt mir das jetzt im Standard von Python aus. Und wenn wir uns das anschauen, das ist ein relativ kleines Python-Skript, bei der auch nicht viele externe Bibliotheken notwendig sind. Das Schöne ist, ich kann diesen Programmiercode jetzt nutzen. Ich kann den in meiner Programmierumgebung beispielsweise austesten. Für diejenigen, die noch gar keine Erfahrung mit dem Thema beispielsweise haben, kann man sich auch das erklären lassen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt auch fragen, wo muss ich den Code denn jetzt eingeben? Und auch dann wird mir schon verschiedene Anleitungen im Prinzip schreiben. Und dann wird mir ChatGPT auch versuchen zu erklären, wie ich beispielsweise diesen Python-Code ausführen kann. Ich will jetzt gar nicht zu sehr auf das Thema des Programmierens eingehen. Das ist tatsächlich ein Bereich, der auch im Berufsalltag schon häufig von vielen Leuten genutzt wird. Es geht im Prinzip darum, um die Fragestellung, was kann ich mit diesem System tatsächlich alles Neues lernen? Und im Prinzip ist die Antwort alles, was ich mir vorstellen kann. Natürlich wird das System nicht in allen Bereichen gute Ergebnisse liefern. Das muss man jeweils selber austesten. Aber grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass wir durch diese Systeme befähigt werden, Dinge viel schneller zu lernen, viel schneller ausprobieren zu können. Das ist bewiesenermaßen ja eigentlich die beste Art und Weise zu lernen, nämlich Dinge selber zu tun, selber auszuprobieren. Und wir können im Prinzip gewisse Phasen des Lernprozesses fast schon überspringen, indem wir direkt ins Doing gehen. Und hier kann ich nur dazu auffordern, dass jeder sich mit diesem System beschäftigen sollte. Es ist mittlerweile auch so, dass OpenAI das beste Modell GPT-4O mittlerweile auch für kostenfreie Nutzer zur Verfügung gestellt hat. Da hat man dann nur eine begrenzte Anzahl von Eingaben, die man tätigen kann, bis das Modell dann wieder auf das schlechtere Modell runtergestuft wird. Aber trotzdem eröffnet das natürlich einem sehr viele Möglichkeiten, mit diesem System zu interagieren und zu nutzen. Ja, das soll es für das Thema Lernen und Erstellung von Lerninhalten gewesen sein. Ich hoffe, dass das euch vielleicht auch im privaten und im beruflichen Alltag weiterhelfen kann. Ich freue mich, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lässt und unseren Kanal abonniert und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.